Holt euch Rat an die Seite, kompetente Partner wie die Akademie Zukunft Handwerk, um die Dinge, die im Hintergrund passieren, einfach besser zu organisieren und durchzuführen. Ja, das war Marco Hebb. Zusammen mit seinen Partnern Simon und Daniel Dreis sowie Frank Schneider führt er heute den Familienbetrieb HS Heizung und Sanitär GmbH, mittlerweile in der zweiten Generation. Schon die Gründer des Betriebs holten sich Rat an die Seite, um ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Im Jahr 2017 stand nun der nächste Wendepunkt der Unternehmensgeschichte an, der Generationenwechsel. Um das Unternehmen für die Zukunft bestens aufzustellen, setzte Marco Hebb zusammen mit seinen Partnern auf die Akademie Zukunft Handwerk. In den ersten Gesprächen mit Rolf Steffen in seiner Akademie Zukunft Handwerk ging es ganz einfach darum, unseren Betrieb zu analysieren, auszuwerten, wie er damals dastand und wie er in Zukunft sein sollte. Und da kamen schnell relativ viele Dinge hervor, die bei uns angepasst werden müssen, wie zum Beispiel eine zweite Führungsebene, die für uns mittlerweile undenkbar ist, dass man ohne noch arbeiten kann. Bei der Größe des Betriebs, den wir aktuell haben, müssen wir das haben. Und da sind noch viele andere Dinge, die wir bei der Akademie Zukunft Handwerk übernommen haben. Die Analyse des Ist-Zustands ist die Basis für das Programm an der Akademie Zukunft Handwerk. In den Trainings wurden die Mitarbeiter der HS Heizung und Sanitär GmbH nun gezielt geschult. Dabei immer im Mittelpunkt, die Unternehmer zu trainieren und sie selbst zum Trainer zu machen. Wichtig ist uns, dass die Unternehmer es selber lernen, die Performance, die Unternehmer-Performance entwickeln und auch unabhängig werden von Beratern. Weil da kommt morgen ein neuer Mitarbeiter, da kommen neue Auszubildende, dann kann ein Unternehmer nicht ein Berater ins Haus holen, für die beiden Mitarbeiter zu schulen. Das müssen die eigenen Führungskräfte können. Damit die Unternehmer und ihre Führungskräfte auch für kommende Herausforderungen gerüstet sind, bietet die Akademie Online-Trainings zu aktuellen Themen. Die Ausrichtung dieser Trainings erfolgt strategisch anhand der Ziele des Unternehmens. In der Strategie werden die Positionierung am Markt, der Wettbewerb, aber auch Stärken und Schwächen berücksichtigt. Ein Anspruch ist, dass wir alle Mitarbeiter im Unternehmen während einer Qualifizierung, beispielsweise der Up-to-Date-Offensive, alle Mitarbeiter mitqualifizieren. Wirklich alle. Das ist einzigartig. Wenn wir wissen, wenn wir nicht alle Mitarbeiter gewinnen, wirklich alle, dann läuft sich mancher Unternehmer einen Wolf. Weil er immer wieder, wir hören das manchmal über Generationen, Dinge predigt, die sich nicht ändern. Um die Qualität sicherzustellen, werden die Weiterbildungsmaßnahmen durch den TÜV zertifiziert. Das Zertifikat erhalten die Teilnehmer im Rahmen der Unternehmertage, die von der Akademie Zukunftshandwerk jedes Jahr veranstaltet werden. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich unter gleichgesinnten Unternehmern auszutauschen, aber auch die geleistete Arbeit gebührend zu feiern. Wir werden das definitiv weiterführen. Wir haben aktuell anstehend, jetzt im Februar, bei den Unternehmertagen in Köln werden wir zum zweiten Mal zertifiziert. Also steht die Rezertifizierung an. Und das werden wir auch weiterhin so durchführen. Uns alle zwei Jahre rezertifizieren zu lassen, ist für uns ganz wichtig, unsere Prozesse immer wieder zu überprüfen, überwachen und dann auch Dinge wieder anzupassen. Marco Hepp rät seinen Kollegen, sich nicht nur mit dem Handwerk, sondern auch mit dem eigenen Unternehmen zu befassen. Denn nur mit kompetenten Partnern könne es gelingen, die Dinge, die im Hintergrund passieren, besser zu organisieren und durchzuführen. In diesem Sinne Ihnen eine erfolgreiche Woche und gerne bis morgen. Da gibt es hier wie gewohnt Ihren SAK TV Markt. Tschüss.